Gibt es eine Verzinsung von Schuld aus früheren Leben? Unter Verzinsung kann man sich das so vorstellen, dass die Schuld größer wird, beziehungsweise das Angespartes später intensiver wirkt oder stärker oder immer wieder wirkt. Und da wir schon eine große Anzahl an früheren Leben haben, kann man das beobachten, wie sich eine Tat über Leben hinweg auswirkt. Verzinsung könnte man so erklären, dass man in verschiedenen Situationen immer wieder mit dieser Tat konfrontiert wird. Immer mal ein ganz konkretes Beispiel. Jemand hat im früheren Leben einem anderen das Erbe gestohlen, vielleicht durch irgendeine betrügerische Aussage, jemandem das Erbe streitig gemacht. In späteren Leben kommt diese Tat auf vielen Ebenen auf ihn zurück. Zum Beispiel kann es sein, wenn er selber erben soll in einem späteren Leben, wird ihm das Erbe streitig gemacht. Er kommt nicht in den Genuss dessen, was ihm rechtmäßig zusteht. Das könnte man zum Beispiel sagen, das ist eine Rückwirkung. Da es sich aber wiederholt, ist das Wort Verzinsung sogar ganz gut gewählt, weil es geht nicht eins zu eins. Wir müssen viele Male wieder in eine ähnliche Situation kommen oder Rückkopplungen unserer früheren Taten erleben. Es ist zum Beispiel nicht aufgelöst, wenn ein Mensch, der im früheren Leben einem anderen das Erbe streitig gemacht hat, selber einmal auf sein Erbe verzichten musste. Damit ist das Karma noch nicht ausgeglichen, sondern der Mensch muss jetzt auch lernen, ehrlich zu werden. Oder das, was er über das Erbe erworben hat, das, was ihm so wichtig daran war, dass er sogar einen Betrug in Kauf genommen hat oder einen Betrug angesetzt hat, dass er das auf natürliche Weise, auf ethische Weise, auf richtige Weise lernt. Insofern wird dieser Mensch noch in mehreren Leben sicherlich mit Erbschaft, Umgang mit Geld, aber auch mit Ehrlichkeit, sich die Dinge selbst erarbeiten müssen und sie sich auch erlernen, sich selber das zu erarbeiten, konfrontiert werden. Insofern könnte man sagen, das Schicksal potenziert diese Tat, indem sie sie auf vielfache Weise wiederholt. Denn der Mensch soll ja nicht nur eine Tat anders machen oder eine Tat nicht mehr begehen, das ist ja zu wenig, das ist zu einfach, sondern er soll auch menschlich sich daran weiterentwickeln, dass er diese Tat gar nicht mehr zu begehen braucht, weil er menschliche Qualitäten entwickelt hat, die diese Tat unnötig und auch unmöglich machen. Ist es möglich, dass zwei Situationen ohne Rollentausch in zwei verschiedenen Leben vorkommen? Jemand, der eine Schuld begangen hat, ob das jetzt ein Betrug ist oder ein Mord ist oder eine Lüge ist, wird entweder im nächsten Leben in das Gegenteil gehen, das bedeutet, er wird vom Täter zum Opfer werden, oder er wird die gleiche Tat wiederbegehen oder eine ähnliche Tat wiederbegehen. Auch hier ist es nicht damit vorbei, wenn ein Leben folgt, in dem jemand das erleiden musste, was er früher anderen zugefügt hat. Man kann nicht eindeutig sagen, also die Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr unterschiedlich ist, es kann jemand nach einem Täterleben sofort zum Opfer werden. Jemand, der sich beispielsweise überschätzt hat in einem Leben, kann im nächsten Leben sich unterschätzen, zum Minderwert neigen. Oder er versucht weiterhin, auf die gleiche Weise zum Erfolg zu kommen, auch wenn dieser Erfolg fragwürdig ist. Man kann es auch mit dem heutigen Leben vergleichen. Ein Mensch hat etwas versucht. Vielleicht hat er versucht, seinem Partner etwas klarzumachen über Vorwürfe. Er wird vielleicht wütend, macht dem Partner Vorwürfe und meint, somit könnte er ihm doch den eigenen Standpunkt klarmachen, dass in Zukunft hier eine Verständigung möglich ist. Obwohl es vielleicht nicht geklappt hat, der Partner war nur noch verständnisloser oder ist seinerseits auch ärgerlich geworden, versucht der Mensch oft nochmals auf die gleiche Art zum Erfolg zu kommen. Also das kann so eine Art Rechthaberei sein. Es kann eine Sturheit sein. Man möchte einfach nicht wahrhaben, dass das der falsche Weg ist und probiert ihn wieder und wieder. Diese menschliche Sturheit kennt man aus dem heutigen Leben wie auch aus dem früheren Leben. Um das noch jetzt mal noch zu der Rollenverwechslung, zu dem Rollentausch zu sagen, letztendlich wird man nochmals die gleiche Tat begehen oder eine ähnliche Tat, wird aber auch in der Opferrolle die gleiche Tat erleben. Und von der Anzahl der Situationen her ist es sicher x-mal, also 10- bis 20-mal wird man wieder in ähnliche Situationen kommen, wenn man eine starke Schuld, zum Beispiel ein Mord oder man hat einem anderen die Existenz vernichtet, bei so einer starken Schuld wird man öfters in beide Rollen wiederkommen. Das Schicksal hat Zeit, das Leben hat Zeit. Und wie gesagt, ich möchte es noch mal betonen, es ist keine Entwicklung, nur eine Tat nicht mehr zu begehen, sondern an dessen Stelle ein brauchbares, sinnvolles Verhalten zu setzen. Die Tat ist ja auch nur das Symptom dafür, dass der Mensch noch nicht so reif ist oder noch nicht so überlegen ist, noch nicht überlegt sein Leben angeht. Deshalb lässt er sich ja verleiten, Taten zu begehen, die unter anderem aber auch Schaden anrichten. Die Reinkarnationstherapie hat ja bestimmte Problemkreise, die sie sehr erfolgreich behandeln kann. Dazu gehören beispielsweise die Ängste, Körpersymptome, wiederholende Verhaltensweisen und alles, was im Leben nicht nach den eigenen Wünschen verläuft. Denn bewusst möchte man oft etwas erreichen, möchte oft etwas haben, unbewusst arbeitet man dagegen. Das sind einige der wesentlichen Bereiche, die in der Reinkarnationstherapie behandelt werden. Hat jemand da ein Beispiel dazu, einer Angst? Die Klopp-Ummende